Werter Herr Küsters, stellen Sie sich und Ihre Partei bitte kurz vor. Mein Name ist Konstant Küsters, ich bin Vorsitzender der Niederländischen Volksunion und wir sind eine Partei, die sich einsetzt für einen nationalistischen Kampf der europäischen Völker- und Vaterländer. Wo sehen Sie die größten Probleme, die Sie auf kommunaler Ebene anpacken möchten? Wie bewerten Sie die Corona-Politik in den Niederlanden? Glücklicherweise sind alle Corona-Maßnahmen bei uns alles abgemacht und alles ist eigentlich wieder locker. Wir haben keine Verpflichtungen mehr und ich hoffe, dass es auch bald in Deutschland so sein wird, dass wir wieder Corona sehen als eine Grippe und nicht wieder als eine Krankheit mit A-Status. In Deutschland werden kleine und vor allem patriotische Parteien in den Medien fast vollständig ausgegrenzt. Wie ist die Situation in den Niederlanden? In den Niederlanden ist das anders. Nach dem Mord an Pim Fertun und der Sinias Theo van Gogh haben wir in den Niederlanden mitgemacht und miterlebt, dass wir mehr durch die Massamedien geinterviewt werden. Und das Cordon Sanitär kennen wir nicht, so wie das bei den Kameraden in Deutschland zu sehen ist, bei verschiedenen Parteien auf der rechten Flanke, mit Namen der NPD oder der AfD oder damals die Republikaner. Bei uns ist das locker da. Wir haben mehr, dass die Presse mit uns redet und nicht ausgrenzt. Wie ist die Stimmung im aktuellen Wahlkampf? Ganz gut. Wir verteilen eine Zeitung und das geht ganz gut. Wir haben davor 30.000 Exemplare drucken lassen, um das hier an einem auszuteilen. Und wir denken, dass wir ein oder zwei Sitze bei der Kommunalwahl halten wollen. Und ich denke, dass es realistisch ist, um das zu sagen. Und den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine? Wir sind von meiner Meinung zugetan, dass was Putin getan hat, falsch ist. Wir stehen für eine selbstständige Ukraine und dem Aggressionsangriff von Russland auf die Ukraine, da sind wir gegen. Danke! Vielen Dank.